also wenn das einer von euch nicht kennt dann kenne ich die person nicht mehr das ist schon gut ja gute grundvoraussetzungen natürlich ich kann man auf die idee okay Och ne. Och Gott. Ich weiß nicht, wie es mal wird. Das wird doch kein Mensch erkennen. Okay, das wird kein Mensch erkennen. Wer kommt denn noch? Ich frage mich manchmal so wirklich. Warte. Ich habe gerade so ein bisschen Preleg, aber ich habe vergessen, wie das aussieht, was ich malen will. Wer kommt denn auf diese beschissene Idee, Alter? Ich bin gerade echt hart am strugglen, wie ich das jetzt umsetze. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das war ja mit immer mehr Zeitdruck, gell? Nee, das war das Speedrun-Ding. Habe ich vergessen. Das ist das Speedrun-Ware. Das Imitations-Ding. Ich habe wirklich keinen Plan. Was zur Hölle. Wenn ich jetzt den Text eingegeben habe und fertig drücke, ist das dann für euch schneller? Ich glaube, beim Text nicht tatsächlich. Beim Text nicht, ich glaube, es ist nur beim Zeichnen so. Nee, ich glaube generell, die Uhr ist fix. Und EO, du kannst gleich gerne mitmachen, dass der Link, aber nicht Voice, also wenn du mitzeichnen, bitte. Oh, Leute, echt. Hä? Leute, ich kenne den, glaube ich, nicht. Watt, 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 watt. What? Ja, was weiß ich denn? Okay. Gut. Ich glaube, ich kenne den nicht. Ich mal das, was hier... Was kennst du denn nicht, Mathis? Ja, kann ich ja jetzt nicht troppen. Drop it like a beat. Ne, das ist doof. Gut. Nein. Okay. Ich mach das, was ich bekommen hab. Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Jetzt fahr ich euch hier doch einen runter. Das versteh ich nicht, was du meinst eh oh. Ich würde gerne wissen, wie derjenige auf das gekommen ist, was da steht. Du musst es herausfinden. Ja, na klar. Das steht außer Frage. Ja. Also. Das ist jetzt nicht unbedingt die Glanzleistung, die ich hier raus habe. Das ist ähm. Uff. Uff. Mhm. Mhm. Oh fuck, Alter. Oh fuck, Alter. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ihr mir mitteilen wollt. Ich versteh das nicht. Könnt ihr bitte, könnt ihr bitte deutlich zeichnen? Nein. Ich glaube, ich habe identifiziert, was auf meinem Bild zu sehen ist. Immerhin das. Ich bin mir nicht mehr sicher, was ich hier bekommen habe. Ich schaue nicht. Pff. Ah, schön. Hey, Alter. Okay. Ja, mit Zeitdruck ist schon mal was anderes. Also da kann ich jetzt nicht so... Ja. Ich habe vorgegeben. Harvey bekommt neue Augen. Oh mein. Wer kennt Harvey ihn nicht? Ja, das ist aber... Ja. Ja, ich hatte... Nio kennt es immerhin. Aber ist doch süß. Ja. Ja, ich wusste bloß nicht, wie ich es noch ein bisschen deutlicher machen könnte. Weil das ist ja nicht nur... Es war für mich nicht deutlich genug. Du hättest vielleicht Lilly malen. Stitch ist mir verrascht. Nein, das ist das. Aber Harvey ist doch nicht blau. Doch. Natürlich ist Harvey blau. Du bist nicht so blau. Könnt ihr mir das beantworten? Das ist für mich Stitch blau. Bitte was? Mathis, kennst du... Warte mal kurz. Du kennst Stitch nicht? Ist das nicht diese Ente? Dieser Schnabeltier? Nein. Lilo und Stitch? Stitch ist mein Lieblings Disney Charakter. Ohana heißt Familie. Ohana bedeutet Familie. Das ist Experiment 626. Ja, keine Ahnung. Google einfach mal nach Lilo und Stitch. Du kennst Stitch mit Sicherheit. Blutige Ente oder Gurke erschreckt sich vor einem Stock. Ah, was ist der? Oh Gott. Oh, kennt ihr nicht dieses Schnabeltier? Und Perry schnabeltier? Und Perry schnabeltier? Und Perry schnabeltier? Und Perry schnabeltier? Dieser Detektiv? Ja, ja. Aber das habe ich jetzt da nicht drin erkannt. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, das wäre das. Toaster in einem Anzug. Ja, das war so. Ah! Ja, gut. Das kam durch. Nur ein bisschen getrennte Freunde. Genie ist der Disney Charakter. Nein, Stitch. BB-Gucker. BB-Gucker. Das war gut. Uh. Ich konnte dann den Anzug nicht mehr vollenden. Aber der Toaster für den habe ich mir Mühe gegeben. Hat Matze verstanden? Ich nicht. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Ja, wenn die Zeit so knapp war. In einem Tresor ist ein Anzug? Fragezeichen. Das ist auch ein Tresor. Ja, weil ich dachte, das ist ein Tresor. Ich bin das nicht als Toaster verstanden. Da war ein Toaster um drauf. Ja, für mich war das... Weiß ich nicht. Ich hätte irgendwas mit Hitman geschrieben. Sojasauce bekommt Heiratsantrag. Ach so. Ah! Okay. Oh nein. Okay, gut. Alter. Ich musste die verstanden. Okay. Super gut mit dem Sushi. Das finde ich gut. Ich dachte mir so Sushi, aber was soll das denn sein? Chemikalien geben sich einen Eindruck. Vor allem, wie es einfach sagt Chemikalien. Ja. Das heißt ja auch China. Oh Gott, Mann. Oh lol. Okay. Chemie. Blaue und rote Flüssigkeiten werden vertauscht. Nein! Das sind zwei goldene Ringe in der Mitte. Ich wollte erst noch Olympia oder irgendwie sowas machen. Die Hochzeit! Die zwei. Die chemischen Olympiaspiele. Haben wir schon. Die Chemie können... Nee, wie Strandteil. Die Chemie können... Nee, wie Strandteil. Kennst du die nicht? Oh, das ist ja doch Larry saying. Wer mehr verträgt, ja. Leust mir leid. Monster track parkt auf Frauenparkplatz. Ach, okay. Oh nein. Ja, das war furchtbar. Kann man es bitte überspringen? Bitte. Monster track parkt auf zwei Parkplätzen. Ja, fast. Ja, aber es sind halt zwei Parkplätze für mich. Das ist kein... Da ist eine Frau abgebildet. Ja, egal. Es sind trotzdem zwei Parkplätze. Eine sehr unförmige. Okay, das ist cool. Naja. Ein großes Auto belegt. Zwei Parkplätze. Den hat verstanden, was es geworden ist? Oder was es gewesen sein sollte? Es war halt mit diesen... Reifchen... Kein Monster track mehr. Reifchen. Reifchen. Ach, ja. Eisbär mit Sanduhr. Warum? Warum nicht? Also bei mir ist kein Eisbär mehr angekommen. Das sind aus dem Häschen. Ein Hase beobachtet gespannt die Zeit. Ich wusste halt nicht, wie ich einen fucking Eisbären malen soll. Lena, warum... Die Fahrball ist sehr wichtig, Lena. Die Fahrball ist sehr wichtig, Lena. Die Fahrball ist sehr wichtig. Was, Lena? Was erinnere ich? Hallo? An meinen Tango zwischen dem Pinguin den Eisbären. Ich fand den gut. Nein, nicht. Ein Hase start auf eine Sandhühr, die mit Scheiße gefüllt ist. Alter. Okay, jawohl. Wer macht das? Du bist mit Scheiße gefüllt. Wartet. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Okay, das ist nie... Ejo, warum bist du jetzt wieder raus? Ich dachte, du wolltest mitmachen, Ejo. Also für alle, Link könnt ihr gerne benutzen. Nur Voice bleibt halt dann unter uns. Ach so, ja. Also mit... Machen können Leute ruhig, ja. Aber halt, Voice nicht. Ich hätte hier jemanden, der Interesse hätte. Ja, dann, äh, gib der Person gerne einen Link. Das ist ja kein Thema. Kann nur schlimmer werden, je mehr Leute es sind. Okay. Ich bin da bei mir bis zum Haus, Ejo. Ja, bei mir auch. Joinen lieber nochmal neu. Bin ich drin, ja? Okay. Du bist drin, ja. Ich bin drin. Das Schimmelchen ist da. Ah, jetzt ist Ejo wieder drin. Okay, bei mir ist jemand gejoint, das sind jetzt sieben Spieler, aber nur sechs in meiner Liste. Du kannst es runter scrollen. Ja, bei mir nicht. Same. Ja, bitte Lena. Egal. Okay, wird schon. Ich frage jetzt noch die Person von Kroka und dann kann wir... Was wollt ihr machen? Wollt ihr... Ich hab mir gesagt, dann war der direkt wieder raus. Ach so. Wollt ihr Geheimnis machen? Wollt ihr Sandwich machen? Was wollt ihr machen? Oh, Geheimnis. Was ist ein Sandwich? Ich würd wieder keinen Druck machen. Warte, was ist Sandwich? Beginne mit dem Beschreiben und Zeichnen bis zum Ende. Beschreibe letzte Zeichnung. Das ist nicht so spannend. Geheimnis ist cool. Aktion sein Mysterium. Zeichnungen und Sätze sind versteckt. Ja, dann... Das ist... Da muss man sich Dinge merken. Also ist die ab 18, ja. Hier ist ab 18. Trotzdem darf man, auch wenn der Stream ab 18 gefeckt ist, keine Geschlechtsteile zeichnen. Ja, mit wem redest du? Mit EO. Mit EO. Und genau mit diesem Chat, der jetzt gerade noch da ist. Ich will aber keinen Druck wieder machen. Aber Mathis, du hast noch Druck. Das einzige, was ich zeichnen kann. Super, wird verboten hier. Okay, okay. Ohne mein Malbuch. Ohne mein Mathebuch. Ohne mein Mathebuch. Ich glaub das bedarf keiner weiter... An die Tafel. Ja. Okay, machen wir jetzt noch einmal Druck. Kein Druck meine ich. Und dann einmal Geheimnis. Okay. Okay. Find ich gut. Vielleicht mal was überlegen sollen. Äh ja, das wäre ne gute Idee gewesen. Ich wünsch euch viel Spaß. Du hast schon wieder so einen richtigen Brain Lag da eingetippt, ne? Ja. Ja, doch. Nio kennt gar nichts anderes. Ist immer so. Okay, ich glaub das ist mega komisch. Egal. Okay, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Okay. Ich weiß jetzt schon, dass das nicht als das erkannt werden wird. Aber hey. Was haben wir jetzt eigentlich genommen? Können wir uns Zeit lassen? Ja. Ja, genau. Also bis drei Leute halt abgeben. Dann ist es wieder äh... Problematisch. Ich sag jetzt mal. Ja. Hm. Ne, warte mal. Es geht mal bestimmt irgendwie anders hin. Du hast gespuckt? Ja. Warum hast du gespuckt? Ja. Warum hast du gespuckt? Und dann kam alles raus. Okay. Wolltest du es wissen? Ja, vielleicht nicht so deutlich, aber... Gut, dass du mich gefurzt hast. Oh Gott. Hat man es gehört? Ja. Und das will ich dann bitte nicht wissen. Danke. Ich glaube, das erkennt man nicht. Das ist dann auch unkontrolliert, dass es rauskommt. Sag mal, was ist denn los mit dir, Koka? Genau. Hat das Kind dich so verändert, ja? Ja, irgendwie schon ein besseres Vorbild geworden. Der ist denn da schon fertig, schon wieder. Ich dachte jetzt eher an Fäkalhumor, aber... Naja. Du bist sowieso immer ganz oben mit dabei, also... Fäkalien! Du musst jetzt Vera entwehen oder was? Warum? Wegen Fäkalien. Das ist das Beste, was ich hingekriegt habe. Fäkalien? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, bei mir wird es auch keiner erkennen, was das ist. Aber es ist halt einfach so... Nee, ich habe Druck auf der Tastatur. Dann schlepp es auf. Man kann andersfarbig zeichnen, what? Ja, du kannst auch links Farben eingeben, EO. Das ist jetzt nicht so die Überraschung, oder? Oh. Oh Gott. Also erstmal Aggressionen rauslassen. Ja, das erkennt man doch, oder? So. Keine Ahnung, ob man meins erkennt oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Passiert. Ist jetzt schön. Meins erkennt keiner. Ich gebe ein Sub drauf. Willst du mir jetzt sagen? Ich wollte mich eigentlich wirklich verarschen. Was soll ich mit der Zeichnung anfangen? Also in der ganzen Zeit ist nur das entstanden. Also... Was ist denn das? Hä? Waaah? Leute, wenn das das ist, was ich denke, was es ist, dann gibt es Ärger von mir. Hä? Was soll das sein, Leute? Also jetzt mal ganz im Ernst. Was? Also wenn es das ist, was ich denke, was es ist, dann gibt es echt Ärger von mir. Also ich bin nicht ganz ehrlich geworden, aber ich finde, das ist meine Kenz. Was? Was? Das ist ja Monka. Also... Okay. Soll ich das entzeichnen? Wie soll ich... Ja, ohne Witz. Das geht schon. Doch, ich glaube, es geht ganz klar. Oh Gott, ich will das nicht. Äh... Ich will nicht, Alter. Ich... So? Ach, das ist so schwierig. Was war das denn? Wurde Mathis irgendwie zu oft gedrückt oder so? Ich glaube, Mathis stirbt. Oder hatte gerade einen Orgasmus. Eins von beidem. Was? Oh, okay. Oh Mann, ich versau die ganze Zeit und ich wacke mich so wackel. Was hast du bitte bekommen? Das einzige, was mich nervt ist, dass ich das jetzt mehrmals malen muss. So, warum, Kenna? Scheiße ist das, dass der Hintergrund weiß ist. Kannst du auch einfernen. Ja, aber dann passt irgendwie auch nicht mehr. Dann hast du einen andersfarbigen Hintergrund. Das ist richtig. Oh Leute, ich will das nicht zeichnen. Lena ist so ein Genius manchmal. Ist der Wahnsinn. Das ist doch gut. Man hilft, wo man kann. Man merkt gerade, der studiert ist. Nein. Kann man hier einfach Copy-Paste machen? Das wäre ja um einiges einfacher als der Scheiß hier. Wenn jetzt ein Twitch-Mitarbeiter bei mir vorbeiguckt. Okay, ich weiß was du bekommen hast. Das hatte ich vorher. Safe. Und ich weiß nicht, wer ist gemeint, derjenige kriegt Ärger von mir. Das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer. Oh, wie soll ich das dann malen? Eine... Ach Leute. Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Quatsch hier. Das war ich. Ade Twitch-Account. Hast du es wirklich gezeichnet? Eine Abwandlung. Oh mein Gott Nero. Oh Gott ey. Der freut sich. Eskalate, ja. Dead, Eskalate, Twigledo. Hey, was habt ihr denn? Nee, ich will nicht viel lernen. Ich weiß nicht, wie ich diese Aktionen malen soll, aber... Das interessiert mich jetzt. Ich bin auch gleich gespannt, was da rauskommt. Okay, keine Ahnung. Ich hab keine Lust mehr auf das zu zeichnen. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Das ist schwierig. Also, ich weiß jetzt gleich, wenn der... Ich bin mit meinem eigentlich recht stolz. Ich weiß auch nicht viel, wie die Idee drauf gekommen ist. Das wird gleich für ziemlich Verwirrung sorgen, das weiß ich. Ist das, dass ich zu viel drumherum gemalt hab? Also wird der nächste Titel ein bisschen länger als das, was ich bekommen hab, aber ich bin trotzdem... Ich weiß auch nicht tatsächlich, äh... Ja, bitteschön, mach das raus. Zeichenpad geholfen hätte. Was ist das denn? Äh... Ich bin mir nicht sicher, was... Ist das ein Körperteil? Hast du das von Nero bekommen? Und so geht's los. Ja. Einer... Wer es so untere Regionen sind, die feucht werden können, dann ist das ein Körperteil, ja. Nein. Okay. Ich wollte... Ich kann... Ich war nicht fertig. Was ist denn... Ist das schon das Zweite, was ich hier bekomme, was ein bisschen fragwürdig ist? Was ist das denn? Was ist das denn, mein Alter? Oh mein Gott. Okay, was... Kinders, seid ihr irgendwie unzufrieden in eurem Leben? Kann man euch in irgendeiner Art und Weise was Gutes tun? Würde ich jetzt so nicht sagen, also. Wie sollt... Das gibt's doch gar nicht. Doch, drei Roller. Oh Gott. Ich wusste es. Oh. Ach, da oben. Was ist das hier? Nee. Yes. Doch, ist es. Mathis. Wir sind jetzt schon wieder fertig. Ja, das war super easy zu zeichnen, also. Ich glaube, du hast meins bekommen. Ich wollte eigentlich noch was hinanfügen, aber ich hatte keine Zeit mehr. Okay. Wenn es das ist, was ich denke. Was ist das, was du denkst? Oh. Also, was du bekommen hast, weil es so easy war. Wenn du denkst... Wenn du denkst... Wenn du denkst... Oh Scheiße. Es ist cool, wenn du die Schule schwänzt. Wenn du denkst... Schwänzt? Schwänzt. Schwänzt. Da kommen die Colton Mirror Vibes einfach direkt hoch. Wenn du denkst... Wenn du denkst... Wenn du denkst... Ich krieg's nicht, Alter. Krieg's die Tür nicht zu? Ich krieg's die Tür nicht zu. Kann ich nachvollziehen. Ich gerade auch nicht. Oh. Ich bin jetzt sehr... Ich bin sehr gespannt drauf, was ihr so was dazu fragt. Und ich betitelte... Ich hab ein bisschen die Befürchtung, dass das meine Zeichnung war und dass er einfach komplett verstanden wurde. Sorry. Es ist hier auszuschließen. Ich bin mir nicht sicher, was ich da bekommen habe. Ich bin mir nicht sicher, was ich da bekommen habe. Wie soll man das denn zeichnen? Ich weiß auch nicht, warum man ein S und ein L nennen schreibt, aber... Hm. Wie du denkst, du wärst ein Satanist, wenn du eine Katze am Schwanz aufhängst. Wie war das? Er hat Schwanz gesagt? Nee, keiner. Ach, keiner. Ich bin so müde. Es war früher mein Klingelton tatsächlich. Lange, lange Zeit. Wenn du denkst, dass du dumm bist, aber doch nicht dumm bist, was hast du dann gedacht? Ja. Nein, alles gut. Alles gut. Als ob du das nicht kennst. Kommt mir bekannt vor tatsächlich, aber ich bin mir nicht sicher. Kack mich aber nicht an. Ist das hier so ein Frustier-Rhyme oder was? Ja, genau. Naja. Und eh, ob ich die ankacke oder nicht, guck mir dann, was du gewählt hast. Einer muss nur abgeben, um den Timer zu aktivieren. Ich glaub nicht, ey. Wartet mal, Leute. Wartet mal. Und vier Leute, die noch fehlen. Vier ganze Leute. Du meinst, ich bin tatsächlich relativ stolz. Ich geb das jetzt so ab. Setz dich dann unter Druck, Marcel. Ja. Ein bisschen. Wir lieben uns, das kennst du nicht. Scheiße, wo wäre das denn nochmal? Wir lieben uns, das kennst du nicht. Kommt mir immer bekannt vor, von irgendwo. Kommt jetzt jeder nochmal ein Bild, oder? Das war jetzt, glaub ich, die letzte Runde, oder? Eine, also musst du noch einmal schreiben. Genau. Was für ein Tagebuch? Nee, daher nicht. Ich bin immer gespannt. Ähm. Was ist das denn? Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Was soll das sein? Soll das ein Fenster dann ein Bild sein? Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Ich hab jetzt irgendwas interpretiert. Leute, das ist viel zu lang. Scheiße. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Und die Pfeile helfen mir auch nicht. WTF? Also, ich fand mein letztes Bild. Top. Also, ich fand mich super. Ich weiß nicht, was ihr mir da jetzt grad eben... Das war's nicht so. Fack, ey. Ich bin gespannt. Wir fangen mal an. Das ist so furchtbar. Nolan im Wetter-Mega-Cosplay. Alter, was? Ja, wie cool. Gut, dass ich nicht komme und bin gespannt, was ich bekomme. Dass das EO als erstes bekommen hat. Was ist denn Widowmaker? EO, was ist das? EO, was ist das? Ich sitz hier dran und denk mir, hä, was? Komm mal. Es hätte so lustig werden können. Es hätte so lustig werden können. Attragte Kunst. Ach, nein. Oh, ich weiß nicht, was hat das nicht gehört. Was hätten wir da genommen? Nein, es tut mir leid. Das fand ich auch schön. Das ist einfach gut. Ich glaube, ich weiß sogar, worauf das ist. Ich finde gut, dass aus Nolan Widowmaker-Cosplay einfach mal abstrakte Kunst geworden ist. Guck dir den Scheiß doch mal ein. Eine blonde Frau und ein Amisch schauen sich ein Gemälde an. Mathis, Mathis, warum hast du da Amisch rausgemacht? Male mal einen Amisch. Oh nein. Sollte ein Zylinder sein. Ich hab's schon nicht echt hergekriegt. Widowmaker. Ja, aber Widowmaker ist nicht das, was du gezeichnet hast, EO. Ich weiß auch nicht, was er mit Omega ist. War schon gut zu erkennen, fand ich, in seinem Bild. Vor allem Nolan konnte man sehr gut raus erkennen. Das war dieser eine Strich. So perfekt. What the fuck? What the fuck? Ich finde, ich hätte euch gefreundet. Mal Lena, mein Karpfen. Warum ist das eine alte Oma? Nee, da war ich für so unschlüssig. Was? Warum? In welcher Welt ist das Dinner for One? In welcher Welt ist das Dinner for One? Ich war ja neulich fertig, aber ich konnte nie zu Ende machen. Aber das ist ja ne Frage, ne? Dinner for One? Können wir die großen Ringe genitalbereiten und nichts anfangen. Okay, aus Nolan Midowmaker Cosplay wurde einfach Dinner for One. Okay. Nero entgegen hat vorgegeben. Eine riesige Mörderwarze. Warze. Ja. Ja. Ich hab's so verhört. Was ist das so unter der Warze? Das ist der fucking Toast. Ein Messer mit Blut. Das ist ne Mörderwarze. Achso. Achso. Ich dachte, das wäre... Eine Frau mit einem Toast, das ein Messer hält. Ein Toast. Oh nein. Lena, du bist auch so ein Toast. Ich weiß auch, dass das Toast dort mit einem Essen geschrieben wird. Das ist super gut. Ich find gut, wie die Augenbraunen einfach so nachhinein zugefügt worden sind. So, die gucken böse. Ja, ich dachte mir, die Spotten... Proat. Spotten schreiben, aber ich hab keine Zeit mehr. Proat. Wow. Südisch Toast. Hä? Was? Ich bin blond. Oh mein Gott. Achso, weil es blond ist, okay. Ich habe so viele Fragen. Eine riesige Mörderwarze wurde zu Südisch Toast. Ja. Ein Pinguin zertritt, ein Sandwich. Oh mein Gott. Das kam niemals bei mir an. Oh nein. Oh Gott, wie cool. Oh nein. Wie cool. Aggressiver Pinguin trägt Dreck weh. Dreck weh. mein pinguin ist auch dann auch pinguin beim kacken was ist das warum kriege ich so war es in der geschichte in der geschichte ich frage wo und wann irgendwelche zweifelhaften bilder aufgetaucht sind ja moment ich glaube ich weiß was er meint das kommt noch das kommt jetzt das habe ich auch nicht bekommen bürste liebt eiskugelböcher völlig normal bürstensliebe das habe ich bekommen und ich war so was ist das bürstensliebe oh mein gott das ist ne bürste eine flöte was ist das ne flöte ich hatte das jetzt nicht als brüste assoziiert ich weiß gar nicht mehr was ich geschrieben hab ja wir kommen noch zu dir coca center close in ägypten ok was das habe ich nicht bekommen ich auch nicht das ist gut wer hat den fehler gemacht weihnachtsmann in ägypten unterwegs nicht coca send drive by ok ich weiß es immer oh mein gott ja das habe ich bekommen eo du hattest zwischendrin irgendwie zehn minuten zeit zum zeichnen wieso war das das ergibt wieso bekomme ich sowas eo oh mein gott das ist cute vergleich mal das was nero gemalt hat mit dem was mit eo gemalt hat eo malst du am handy mit ein kerl mit roter latte vorm kopf zimmert ein dach roter latte oh nein achso ok es geht nicht weiter der zimmert erstmal ein dach genau ein dach ja es war braun ja und der hat den namen an der hand mitternachtssnick unter der dusche was ah aha ja ich wollte eigentlich die nachter tausendmalen oh nein ok Burger King Dusche ja Burger King Dusche ja ich weiß was ich bekommen hab ein mann hat angst vor zwei hamburgern unter einer laterne warum warum die dusche ist so gut du die idee ja gut mellert herrlich das ist perfekt das gesicht kennt ihr das gemälde mit dem schreienden geist ja 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 hundert prozent wie gut das einfach von lena ist alter die die in D in D in D in D in A ok so EO also ich schwöre dir wenn das jetzt also ja kommt jetzt von ihm das kommt von ihm Matt ist lecker ne ok was ok ich hab mir vor das Frag wieder passiert ist oh god wo wurde die Kurve gedreht von euch wer hat das wer hat das wieso wird das von Koka nicht angezeigt das von Koka lädt nicht ich 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 glaube ich habe warum lädt das von Koka nicht keine Ahnung aber ich weiß was kommt das Gute ist ich weiß was kommt ich hatte grad irgendein Ausruhezeichen kommt jetzt ein fetter Schwanz es kommt irgendwie grad gar nichts es kommt einfach nichts warum kommt einfach nichts ja ich ich glaube mal neu vielleicht funktioniert vielleicht gesperrt oder ja aber ich müsste ja neu das ist einfach nur am lief ja nicht ich das kann ich oder kann ich dich kicken ne ne ich glaube das fehlt einfach nur dass er raus ist ja Nero hat gelieft jetzt einfach ich kann auch nichts machen also ich kann auch nichts machen also ich kann kein Startseiter aber ich kann ja wie ne ne ich will das jetzt sehen Leute au das ist nicht das worüber die ganze Zeit geredet wurde und der Prozett ist das ich kann nichts machen null ich kann nichts es geht nicht ich kann auch startseite oder oder wie kann man denn keine ahnung ich habe es eben gerade eben so gemacht mit f5 aktualisiert ob es halt eben eine einzelne runde und dann gehst du auf den link den du uns geschickt hast und dann klickst du dann nochmal drauf jetzt warte ich bis du da bist weil bei mir steht dran zeigen und dann auf den link oder was ja ja den wo du uns geschickt hast da bist du wieder drin warte mal heißt der namen eingeben und dann kannst du beitreten beitreten halloo muss ich extra euren stream wiederholung gucken um das zu sehen warte mal wenn schon nick anklicken dauert jetzt eigentlich nicht so ne es wird nicht nicht nö hahnoland hat die probleme hast du den link von um 22 u 54 geöffnet direkt ich hab den letzten link geöffnet ich geschickt habe ja aber irgendwie äh irgendwie kommt da nix doch jetzt ist er doch wieder drin ja ja drin bin ich schon aber das ist einfach lecker ne aber das bild lädt halt einfach nicht ja ich hab's auch noch nicht freigegeben ach du kannst jetzt ah ach scheiße ja ups oh nein wo geht das hin bitte ja dann liegt es an mir dann gebe ich das zu dem nichts an mir dann liegt es an ihm selbst ja 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 ok 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 und ich musste da irgendwie wieder die kurse wer kennt denn da aus mit das ist super gut das ist Merch ich danke dir aber fürs retten die roh auf jeden Fall ich hatte mir da so die Szene vorgestellt wenn du so ein Berliner isst und du quetscht den so und da kommt die Soße raus ja ok gut und jemand macht mit einem Reis Hotdog rum Reis Hotdog Reis Hotdog oh Mann Leute ist du mir leid Lina in welcher Welt hast du von einem Reis Hotdog gehört auch an die aber das ist aber für mich aus den Hotdog auf dem Reis oh Mann ist das geil oh wie der Hotdog guckt wie der Hotdog guckt ok ich guck mal was das rechte ist ich wusste nicht ob das ein Sushi sein sollte oder ja Sushi im Reiskorn oder nichtbehinderten Hotdog aus einem Aschenbecher ich wusste nicht Alter ganz schwierig aus einem Aschenbecher ja ich dachte nur von der Kippel seines 2 Vater hatte recht schnell nichts mehr mit Matt zu tun ja ja